Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem weiteres Update zum Mount & Blade 2 Bannerlord, Deutsch Mod. Wie ihr ihn installieren könnt und Co., das zeige ich euch hier jetzt in diesem Video. Zuallererst, es ist wirklich ratsam. Legt euch hier wirklich bei Dexos Mod einen Account an. Es macht die Sache wirklich, wirklich sicher. Vertraut mir da, ich war anfangs auch nicht der Freund davon. Und ja, macht da einfach einen Account. Dann könnt ihr die Sachen einfach downloaden und es passiert wirklich nichts weiter. Und es ist vor allem sicherer, als wenn jetzt ich den Link rein spame oder irgendjemand anderes. Die Seite ist wirklich hier sicher. Das jetzt nur mal vorgemerkt. Ich würde sagen, wir schweifen jetzt nicht hier gerade rum. Ich würde es euch wirklich so empfehlen. Es tut ja da keinem, was sich da auf so einer Seite zu registrieren. Blöd jetzt gesagt. Man muss ja nicht mal sich die News oder sowas schicken lassen. Von dem her. Ihr wisst, wie ich es meine auf jeden Fall. Und ja, hier seht ihr schon, sind wir schon auf der Seite. Mittlerweile gibt es jetzt auch Voice Pack Add-on. Da gibt es auch ein paar Sprachen jetzt, wo rein editiert wurden. Und hier seht ihr schon, deutsche Übersetzung. Vorab Version 1.6.25. 100% Deutsch. Für die aktuelle Spielversion 1.6.1 und 1.6.2. Und hier steht auch gleich, Achtung, diese Vorab Version blablabla. Es steht im Normalfall hier dran, was alles gemacht worden ist. Hier, Error-Meldung wurde gefixt, beispielsweise. Klar, immer Feedback geben. Und hier unten seht ihr auch schon, die alten Files, die sind doch da. Die könnt ihr auch noch downloaden, wenn was nicht funktionieren sollte. Dann könnt ihr auch noch ältere Files auswählen und die mal probieren, ob die gehen. Kann sein, ist wie gesagt vom PC zu PC wirklich unterschiedlich. Von dem her, glaub mir da mal. Und ja, es gibt hier optionale Files. Da kann man nochmal ein Voice Pack machen. Im Prinzip auch jetzt kein Hexenwerk. Es ist ja auch alles erklärt. Wir gucken uns aber hier jetzt primär den Deutschmod hier an. 9. September. Wir haben jetzt den 11. Also ganz brandneu. Wir drücken hier einfach auf Download. Wir werden hier weiter geschlingelt. Und ihr seht, ihr könnt Premium machen oder einfach Slow. Ich würde einfach Slow machen. Weil für Premium, da muss man halt wirklich abonnieren oder was. Keine Ahnung. Und ja, blub. Er ist schon da. Was ist das hier für Werbung hier auf einmal? Und hier haben wir jetzt schon unser Pack. Den zieht ihr euch jetzt einfach auf dem Desktop am einfachsten. Könnt ihr euch natürlich auch euer Pack ganz dahin ziehen, wo ihr es haben wollt. Ihr habt das Pack natürlich auch einfach hier in euren Download Ordner. Also von dem her braucht ihr euch keine Sorgen und nichts weiter zu machen. Da kann man mit Doppelklick mal reindrücken. Und im Normalfall öffnet sich hier dieser Ordner hier. Hier gibt es ein Readme. Da kann man auch mal reingucken. Doppelklick einfach. Und hier stehen schon eine Menge interessante Sachen drin. Wirklich eine Menge interessante Sachen drin. Ich mache es mal ein bisschen so. Dann seht ihr es ein bisschen besser. Und hier ist eine direkte Anleitung dabei. Bla bla bla. Zip dabei. Bla 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 bla. Hier steht sogar der Weg. Alles mögliche da. Hier sind auch wichtige Hinweise. Die ändert sich immer für Version zu Version. Also da auch immer mal reingucken. Also es ist im Prinzip egal, ob es jetzt Version 1 Punkt Schieß mich tot ist oder Version 2 Punkt Schieß mich tot. Wie gesagt, wenn was nicht gehen sollte, hier stehen eine Menge Lösungswege, was man bei Problemen machen sollte. Klar, ihr könnt euch auch gerne bei mir melden. Könnt auch bei älteren Videos zu dem von mir auch mal reingucken, zu dem Installieren von den deutschen Mod. Könnt ihr auch natürlich machen. Da stehen auch sehr viele Hilfestellungen, will ich mal sagen. Aber wir machen jetzt hier mal weiter. Wir müssen ja hier das hier noch entpacken. Das kann man entweder so machen. Einfach rechts Mausklick und hier entpacken. Beispielsweise jetzt ploppen hier zwei Sachen auf. Einmal hier das Readme. Das brauchen wir nicht. Und einmal hier Moduls. Ich kann es natürlich auch ganz woanders hin entpacken. Hier haben wir jetzt einfach den German Mod drin. Nativ. Sandbox. Und Story Mode. Das sind die ganzen Daten. Wir müssen eigentlich nur noch den Ordner hier in unseren Ordner reinknallen. Wie kommt man da drauf? Geht einfach bei Steam rein. Bibliothek. Hier habe ich jetzt schon Mount & Plate mal ausgewählt. Raus-Mausklick. Eigenschaften. Lokale Spieldateien. Und dann könnt ihr einfach hier durch Suchen drücken. Und dann öffnet es euch direkt euren richtigen Ordner. Und hier seht ihr schon, habt ihr einen Moduls-Ordner. Ihr könnt euch, wenn ihr eine schlechte Internetverbindung habt und ein bisschen Speicher habt, könnt ihr euch vom Moduls-Ordner mal eine Kopie machen. Das heißt, rechts im Maus-Klick kopieren und ihr kopiert es euch jetzt beispielsweise, wo habe ich ein bisschen Platz, hier einfach rein. Achtung, der Ordner hat ein bisschen Schmackes. Das heißt, der hat ein paar Gigabyte. Also ihr müsst da schon ein bisschen Platz dafür haben. Das mache ich jetzt mal nicht, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es bei mir geht. Das ist jetzt nur nochmal, falls es Schwierigkeiten geben könnte, dass ihr jederzeit zurückswitchen könnt, ohne jetzt nochmal das ganze Spiel runterzuladen. Dann tut ihr einfach den Ordner wieder austauschen. Wir ziehen jetzt hier einfach unseren Ordner hier rein und Datei im Ziel ersetzen. Das sind 138 Elemente, wo insgesamt ersetzt werden. Und jetzt haben wir hier den hier drin. Ihr seht ja schon, ist der German Mod drin. Er wurde jetzt einfach reingefügt. Ich würde euch empfehlen, den Ordner wirklich im Ganzen zu ersetzen. Ist in den meisten Fällen etwas einfacher, als jetzt sich hier die einzelnen Sachen hier rüber zu ziehen. Würde ich eher empfehlen. Und ja, jetzt ist das Zauberwerk eigentlich schon vollendet, auf Deutsch gesagt. Wir minimieren das oder schließen das. Das ist Wurst, hier schließen wir auch. Drücken einfach mal auf Spielen. Jetzt kommt der Launcher. Ihr habt hier einen Ordner, wo Mods draufsteht. Hier müsst ihr einen Haken reinmachen. Bei manchen muss man den Haken rauslassen. Es ist unterschiedlich. Normalerweise Haken reinmachen und dann einfach Singleplayer und spielen. Wenn es nicht gehen sollte, mal Haken rausmachen und gucken, ob es dann geht. Keiner weiß wieso, aber hat vielen auch schon geholfen. Wir drücken mal auf Play. Bla 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 bla. Confirm. Und wir laden mal ins Game. Ihr seht, das Spiel ist momentan noch auf Englisch. Das Einzige, was ihr jetzt noch tun müsst, Optionen. Dann auf Gameplay. Hier steht Englisch. Und hier Deutsch auswählen. Blup. Und fertig. Dann lädt es hier nochmal kurz. Und hier steht Neue Kampagne, Sandkasten, bla 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 bla. Ist alles jetzt da. Ihr seht jetzt hier, steht alles schon auf Deutsch. Und man kann hier wirklich dann ins Spiel rein starten, ohne große Probleme. Ja, das sind wirklich sehr alte Spielstände, die ich hier habe. Ich lade einfach mal. Mal gucken, was passiert. Sollte funktionieren. Ja, ihr seht, unterschiedlich bla bla bla. Ist mir egal. Sollte funktionieren normalerweise. Es ist hier auch reingeladen. Wir können mal gucken. Charakter. Geschwindigkeit. Es steht hier alles wunderschön auf Deutsch da. Sollte ja alles auch soweit funktionieren. Und wie gesagt, das hier ist wirklich eine sehr, sehr alte Version. Und ja. Das war es jetzt auch eigentlich soweit zu dem Video hier. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, bei Fragen. Gerne in die Kommentare schreiben. Ich helfe wirklich gerne. Und ja. Mehr ist es quasi nicht, was ihr beachten müsst. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.